zuerst geskillt haben, dass du es siehst. Nein, auch so nicht. Auch so nicht. Von was redet ihr? Wenn du, sag mal, deine Fähigkeiten im Punkt oder von deinem... Ich weiß schon, wenn du eine Mod drauf hast, dann siehst du es. Nein, also ich habe 5 von 5 Strahlung gemacht. Und durch die Mod kriege ich jetzt nochmal 2 oder 3 Strahlung dazu. Zeigt trotzdem bloß 5x5. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. 5 von 5. Gibt das überhaupt dann höher? Oder ist die 5x5 nicht das Maximale? Das wäre scheiße. Das weiß ich nämlich nicht. Da hätte ich es mir jetzt umsonst gekauft. Ich weiß nicht, wie das jetzt gerechnet wird. Hat das bei anderem was bei dir zugerechnet? Nein. Das sind ja allgemein alle bis zu 5 und ich denke mal, das wird bei 5 Schluss sein. Nee, oder? Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du jetzt eine Mod hast, ob das noch dazu oder nicht. Dann wäre das jetzt umsonst ausgegebenes Geld gewesen. Ich kann es dir nicht sagen. Stille, Mörder, Strahlung. Stille, Mörder, Strahlung. Stille, Mörder, Strahlung. Aber ich habe ohne vermuten, dass 5 von 5 das letzte ist. Das wurde ja jetzt ja unendlich. Stille, Mörder, Strahlung. Ja, Strahlung hätte ich dann 7 haben müssen. Mörder habe ich 0 von 5 und der hätte ich auch. Ach. Werden wir sehen. Ist egal. Ist egal. Schau mal. Musst du nicht mit ohne die Gasse irgendwie? Nö. Weil er sonst nimmer eingefahren war, weißt du? Das hat er benutzt, wie viel... Der will abends nimmer. Nee. Der will abends nicht mehr. Hier oben. Nein, du... So warm geworden war. Nee, ich weiß es nicht. Der ist einfach... Nee, ich weiß es nicht. Der will einfach nicht mehr raus. Du kannst hingehen, weißt du? Der guckt dich an, gähnt dich an, legt sich wieder hin. Schon mit der Badewanne festgekehrt, weil er eine Bantikäne lust hat. Ja, pssst. Badewanne. Gehen wir hier rein. Badewanne. Wir gehen mal hier rein. Sagt er. Der ist vor der Badewanne. Vielleicht kriegt er noch den Luxus von einer Badewanne, wa? Nee. Sieht da auch aus wie so einer Räne. Link, rechts. Links. Nein. Ja. Ja, die Paps. Rechts ist aber irgendwas runtergegangen. Danke. Den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Brauchst du Hilfe, Funko? Warte mal, nee. Alles klar. Hinten ist geschnitten und geschnitten. Wieso, Idiot? Da rennt nur einer. Ich finde den gerade, nee. Ich finde den gerade, nee. Ich habe ihn getroffen, aber... Ich muss mal eine Schnelltasse. Einen Schuss brauche er noch. Ich muss nachladen. Irgendwas piepert hier. Geht weiter. Nächste Runde. Echt jetzt? Ja. Das nenne ich Beute. Beute. Was? Du, hast du gerade gesagt, das nenne ich Beute. Echt? Ja. Wie war denn die Schnelltassen? Zwo ist das? Und vier... Nee, warte, ich muss immer gucken, wo meine Waffen mal sind. Zwo und vier, die beiden Waffen. Ich suche mich immer mit dem Mausrad. Die Demi. Dirk? Ja. Achso, ich glaube, das war's doch schon. Nichts, hat er wieder gepiept, oder? Ja, dachte ich auch, dass es jetzt weitergeht. Aber Schnellen sind immer so Helden, haben gesagt, ach komm, lass. Ich hab mal Angst bestimmt. Trrrr, drückt die Klingen. Wollen wir uns hier nie noch ein bisschen umgucken? Oder wir müssen wieder mit den Reden, dass es weitergeht. Kann das sein. Aber jetzt, was ich verstehe, wir kommen dann bald in dieses Team. Guck mal, dieses kennst du das Zeichen hier? Serviett-Forst? Das war doch, wo wir nie rein konnten, in die Waffenkiste. Rein, Runde 2. Moment! Abgang! Boah, das grünen Durchfall auf mich abgefeuert. Ich stelle uns geschützt dann wieder hier hinten bei dem Tor auf. Hinten kommen beide. Welches hinten? Links oder rechts? Habste. Lokalisiert. Meine... Mein Schild ist unten, mein Schild ist down. Ich bin geschützt. Die Klasse ist weg. Er kommt, okay. Dirk, Dirk, ich komme. Ja, ich konnte mich nicht verstecken hier, aber geht zum Reden. Vor uns, schieß vor uns, der weg. Ich wollte den hinten. Dirk? Ich schieße, ich schieße, ich schieße, ich schieße. Ich bin auch tot! Ich wollte gerade nicht reparieren. Ey, helfen wollte ich. Wo bist du, Dirk? Wo bist du? Hinter dir. Hinter mir. Schieß. Auf, der eine schießt, der trifft dich. Ist egal, schieß du. Achtung, die Kleinen rennen rum. Da komm ich weg. Wo ist das, Kleine? Gerade nachladen, ich geh krachen, ey. Das Laser ist so gut, aber der braucht eh nichts im Karten. Geschützt, steht. Ach, gerade wurde aufhört. Hier rein, aufhört. Es ist egal. Kommen noch zwei Wellen. Kommen noch zwei Wellen. Drei Wellen. Vorne. Vorne. Nicht so, wie die so offenen Wind stellen müssen. Nicht so wieder Deckung suchen. Ja, ich muss so. Hier, der Kleine. Da ist nochmal ein Kleiner. Hinter dir. Ein großer Nimmel. Ja, ich weiß. Von uns. Es schleicht ein großer auf links auf uns zu. Den nehm ich ja. Ich wollte ja mal die Tasse drücken. Liegen. Also, Punko. Hier, hier, du. Sven, komm zu mir. Sven. Medikit. Ach, ne. Wir sind durch. Ich hab ein Medikit entdeckt. Ich hab ein Medikit entdeckt. Hier ist auch noch eins. Ja, ja. Nimm's dir. Nimm's dir. Nee, das ist mal liegen. Für die dritte Runde. Aber ich weiß nicht, ob das wegspawnt, oder? Musst du gucken. Ja. Das hat jetzt. Ähm, wenn ihr zufällig Granaten seht, ich brauch noch eine. Ich hab keine gesessen. Da musst du mal gucken. Ich hab keine gesessen. Ja, ich bin schon unterwegs. Ich bin unterwegs. Eine brauche ich noch. Also, die zweite Kiste ist abgerangen. Also, die dritte. Bleib noch draußen, wenn's geht. Ich denke, wo kommen wir dann hier hin? Das ist nämlich die Waffenkiste, die verschlossen war. Könnte möglich sein. Ich habe meine Granate gefunden. Du kannst von mir aus hineinkommen. Ich komm. Wer positioniert sich wohin? Ich... Mit dich kommen sie, oder? Da sind die Tore, oder? Alle von vorne. Alle von vorne. Ja, nee. Die kommen von links. Von links kommen sie. Von dem Wunder, oder? Oh, ich bin gleich weg. Ja, er ist tot. Ich geb dir einen Tipp. Heile mich. Sonst ist die Runde zu Ende. Ich danke dir. Rechte da hinten von uns. Auf Granate, mehr auf Granate. Wieder eine Weileger. Vorne. Schild, glaube ich, auch Schild. Wer ist das? Okay. Schieb wieder vorne weg. Ich kann ihn. Oh, nachladen. Ich hab den rot angezielt, und ich treff den. Meine Säule. Weg, einer ist weg. Neben mir ist noch einer. Dirk, neben dir. Dirk, neben dir. Hinter dir. Ich bin hinter dir. Tod. Ja. Du, heile mich, du, wechlein. Ich schieße den unter dir weg. Heile mich. Ich schieße den weg. Ich danke dir. Du, bitte. Ich danke dir. Der kleine immer noch hier irgendwo. Ich höre den noch hier oben rum. Oh, das gibt's nicht. Du, du, du. Wieder einer weg. Oh, das gibt's da wohl nicht. Ich bin auch weg. Ich bin weg! Komm her Kleiner, ja? Kannst du mir? Kannst du mir? Warte, 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 ich komme! Immer drauf schießen, immer drauf schießen! Du bist los, du bist süß! Danke! Ich muss mir jetzt gehalten werden... Scheiße, du hast Raketenwerfer da hinten! Warte mal! Ich hole mal meinen Raketenwerfer raus! Höller, du schläger doch! Wenn ich ihn finde! Warte mal! Warte mal! Wo ist denn der? Geradeaus sind genau zwei und der Enner hat... Ich hab meinen Raketenwerfer draußen! Enner ist weg! Da kommt noch Enner! Jetzt sind es wieder zwei! Jetzt sind es wieder zwei vor uns! Genau, dort ein! Ener ist weg! Ener ist bei mir! Ener ist im Wasser! Ener ist bei mir! Na, das ist das Wasser! Das soll genau das sein, klar? Der ist vor dir, warte mal drauf! Oh, ich komme mal hier rein! In dein Geschütz! Warte mal! Die will ich haben! Hier ist Sven! Hier ist was für dich! Okay, das hilft! Warte mal! Ich muss jetzt ein bisschen aufpumpen! Kommt her! Jetzt fahren wir! Jetzt fahren wir! Ich muss der Dirk schon wieder innen! Danke dir! Ich muss eine andere Mod nehmen! Ich brauche eine andere Granaten-Mod! Wir haben noch so gut geschlagen! Ja, aber... Transfusionsgranaten, die nehmen wir! Jetzt brauche ich keinen Arzt mehr! Gibt's einen 404-Granaten-Werfer auch noch! Gibt's einen 404-Granaten-Werfer auch noch! Du, denn diese Typen hier mit diesen, äh... Raketen-Werfer... Ihr braucht eigentlich bloß euch vor dich stellen und voll mit dem Maschinengewehr draufhalten! Oh, gibt's auch noch einen anderen! Komm mal her! Gibt's einen mit... Blitz noch mit 423! Das hat ganze Zeit bei mir ziemlich gut funktioniert, weil die haben konnten hier auf mich schicken! Echt jetzt?! Ja, die haben mich laufen getroffen! Egal wo ich war! Du bist ja auch ein Dirk! Ja... Der hat einen Kicker auf mich! Okay, das hilft! Ja, die ist nie so... Geld will ich aber haben! Glimm's mit! So, fragen wir den mal... Vielleicht krieg ich was passen lassen! Wie, da ist noch eine Runde... Warte! Warte bevor der anquatscht! Ja, ich muss jetzt oben erstmal Granaten mit nachkuchen und mal was gucken... Nein, es bleibt! Ich weiß nicht! Okay! Die müssen jetzt auf... Ich bin ein Evang! Wobei mir nur um eine Runde ist! Oh, wie ist es... Nein, es ist ein Dich! Das ist ein Dich! Ich bin ein Dich! Ich bin ein Dich! Vielen Dank.